Wie normale Menschen nach Hause kommen. Wie TikToker nach Hause kommen. Wenn normale Menschen ein Paket bekommen. Schau mal was für ein Paket angekommen ist. Haar veräppelt. Hier bitteschön. Was ist denn da drin? Ich weiß es nicht. Einfach hier Wasser fehlt. Wow. Dankeschön. Bitteschön. Wenn TikToker ein Paket bekommen. Oh mein Gott, das ist ein Glückskeks. Glückskeks. Glück macht Glück. Und Glücklichkeit ist die Glücklichkeit der Verdammnis. Denn wir haben einfach Glück. Weil wir sind zusammen. Und das ist ein Glückskeks. Und wenn wir jetzt das aufmachen, dann haben wir Glück. Und heute ist der glücklichste Tag unseres Lebens. Glücklichkeit. Ja. Und unser Rapat. Wie normale Menschen ihre Küche aufräumen. Mann! Wie TikToker ihre Küche aufräumen. Wie sich normale Menschen anziehen. Wie Tiktoker sich anziehen. Wie Tiktoker sich anziehen. Wie Tiktoker sich anziehen. Wie normalen Menschen auf einer Party tanzen. Wie normalen Menschen auf einer Party tanzen. Wie Tiktoker 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 auf einer Party tanzen. So ihr Lieben, wir hoffen euch hat unser neues Format gefallen, wir hatten auf jeden Fall mega Spaß und hoffen, dass das Format auch gut bei euch ankommt, denn so können wir noch kreativer werden, unser Kameramann kann kreativer werden, denn der ist noch lange nicht ausgeschöpft, Leute. Wir müssen den viel mehr fordern, nicht immer nur hier sitzen und reden und effekten, sondern wir müssen richtig kreativ mal was raushauen hier, Leute. Deswegen schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt, vielleicht habt ihr coole Alltagssituationen für uns, die wir dann adden können als TikToker, richtig? Möchtest du noch was sagen, hey Freundin? Ich fand's mega cool und ich will nochmal sowas machen. Ja, safe. Okay, also in dem Sinne, damit es ja auch nicht wieder langweilig wird, schaltet nächste Woche wieder ein und schreibt eure coolen Tipps in die Kommentare und wir sehen uns nächste Woche. Ciao! Ciao! Ciao!